Muss ich die Situation wieder retten? Fette Komperfisch! Riesenzitter! Ja, du musst... Oh nein, auch noch so rum! Oh, Flash schießt! Eigentlich noch nicht! Doch! Nein, jetzt erst! So, Freunde, wir sind zurück! Willkommen zu LEGO Star Wars, die Skywalker-Saga mit einer nagelneuen Episode, und zwar Episode 1. Die dunkle Bedrohung und das Ganze nicht alleine. Obi-Wan Flash ist dabei. Obi-Flash Kenobi. Oh, das passt nicht. Das passt nicht. Obi-Wan Flash? Fli-Fle-Fle-Fle-Trash Kenobi. Fleschi... Fleschi Kenobi? Fleschi-Wan? Obi... Oder Fle-Wan Kenobi. Start einfach das Spiel, verdammt! Let's go! Episode 1 Die dunkle Bedrohung Die Galaktische Republik wird von Unruhen erschüttert. Die Besteuerung der Handelsrouten zu weit entfernten Sternensystemen ist der Auslöser. Kenn ich irgendwoher. In der Hoffnung, die Angelegenheit durch eine Blockade mit mächtigen Kampfschiffen zu beseitigen, hat die unersättliche Handelsförderung jeglichen Transport zu dem kleinen Planeten NABU eingestellt. Da ist doch Ding jetzt bei NABU, ne? Nicht vorsagen, mir fällt da gleich ein. Ähm, warte, nicht vorsagen. Jar Jar Binks! Bester Charakter. Dungan? Bester Charakter. Ey, das ist voll schwer, so schief zu lesen. Habt ihr das zwischen der Kohleflasche gehört, zwischendrin? Das ist auch geil, ne? Die Botschafter des obersten Kanzlers wünschen, an Bord kommen zu dürfen. Bin ich noch in dem? Oh, wie schaltet man das aus? Ach, aber gerne. Wie ihr wisst, ist unsere Blockade völlig legal. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. So, natürlich spiele ich Qui-Gon im O-Mann. Oh nein. Ja Flash, gib mir den Beat. Wollt doch den Beat, Flash. Egal. Ich will starten. Hallo, Protokoll-Doroide. Willkommen, Botschafter. Hi. Hör doch auf, rede mit TC14. Nein, ihr müsst sterben. Okay. Let's go. Das ist bestimmt ne Falle oder so. Das ist egal. Hör doch auf. Konzentriere dich nicht auf deine Befürchtung, Obi-Wan. Siehst du, ich hab ein ganz mieses Gefühl. Wo ist Darth Maul? Ich hab dann gesagt, ich hab ein ganz mieses Gefühl. Hier hast du noch gar nicht hier. Warum nicht? Guckst du auf Darth Maul. Ah, na. Einfach nur so. Der wird auch erst ein Level 3 auf uns gehetzt. Wohl trotzdem schon Darth Maul sein. Darf ich nicht vorziehen? Zwei Level? Spoiler doch nicht, Maul. Entschuldigung. Wusstest du noch nicht, dass es noch einige gibt, die das noch nicht gesehen haben? Ich hab's noch nicht gesehen. Achso. Neulich in Lego, mein ich. Auf jeden Fall waren wir alles kaputt hier. Während wir ganz langsam loslaufen. Lauf doch nicht vor, dann ist der Roboter hier, der Droide hier verwirrt. Mach es euch bitte bequem. Jetzt hast du es sowieso verwirrt. Das ist egal. Wie wird dieser Handelsvizekönig auf die Forderungen des Kanzlers reagieren? Diese Föderationsvertreter sind allesamt Feiglinge. Die Verhandlungen werden nicht lange anhören. Wären sie endlich beginnen, meint ihr. Ist es bei ihnen üblich, um so lange warten zu werden? Müssen wir das jetzt echt machen hier? Ich spüre ungewöhnlich große Furcht. Wir müssen jetzt die Stühle hier, äh, hier vorne hin, bitte. Ein weiter. Was machst du da? Ich seh nix. Ich seh nix. Runter. Was ist denn runter? Boah, OB, Mann. Hier hast du den Weg, Mann. OB, waren du schlechten. Ach, der hier auch noch. Feiger steht im Weg. Wir müssen hier weg. Roger, roger. Ja, wir haben hier auch als Lego-Figuren. Waren sogar richtig teuer gewesen. Schwerter machen wir mit dieser Panzertür kurzen Prozess. Oder wir kämpfen uns einfach darum herum. Was sollen wir tun, Meister? Ja, Meister. Soll ich der Helden kannst du dich? Okay, sehr gut. Nee, nee, alles gut, alles gut, alles gut. Nein, ich halte hier gar nichts auf. Wir rennen hier einfach mal durch jetzt. Let's go. Oh, nein. Haha, Falle. Hier, guck mal hier. Hier kann ich doch zurückschleudern. Genau so wird's gemacht. Richtig gut. Guck mal hier. Jetzt geht ab. Guck mal, guck mal. Drück einfach mal die ganze Zeit L2. Richtig cool. Machst du nicht mal. Stimmt, macht der automatisch, ne? Ja. Krass. Warum ist das so einfach? Weil wir Jedi sind. Okay. Mach auf, Flash, jetzt du. Flash, brauchst du Hilfe? Zieh durch. Ich wollte ein Muster machen. Boss. Auf zu den Verhandlungen, let's go. Jipi, jupi. Den kann zuspielen. Ja, den will ich auch spielen. Ja, den will ich auch spielen. Boah. Mich so sein, doof. Ich will Jar Jar Bink spielen. Ich darf nicht. Oh Mann, ey. Ich hab mich so gefreut, Jar Jar Bink zu spielen. Ich find ihn richtig cool. Aber am meisten sicheres Platz würde sein... Komm jetzt. Wir müssen ins Wasser. Ja, ist egal. Aber was ist das? Kann du aufhalten? Komm her. Komm. Ablenken kannst du das. Flash, du nimmst die ganze Zeit meine Monetarisierung. Das macht nix. Ja, dir macht das nix, aber mir. Nee, dir macht das auch nix. Doch. Nein. Nicht mit der Musik. Das ist nicht gerade. Gerade bei der Musik. Die Gang ist clean wie Katzen. Ach nee, das war meine Katze. So, die Nabu warnen. Folge Jar Jar zum Treffen mit dem Boss der Gungans. Hallo, hallo, Käpt'n Carbets. Nichts sind wieder da. Nichts schon wieder, Jar Jar. Du sie jetzt kommt zu die Boss. Du sie stecken in die... Wo hast du den denn jetzt her? Der lag hier um. Ich will auch einen. Willst du uns vielleicht etwas sagen? Richtig gut. Bisschen peinlich sein, aber... Da weiß ich von uns verbannt worden. Ich vergesse das. Das klingt hier etwas, das hat dich besser hätte. Wie ich sagte. Kein Verstand. Würdet ihr uns sagen, warum unser Freund hier verbannt wurde? Jar Jar, toll, Mann. Er gecrasht. Hey, blibler, braun, 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 braun. Ich komm da nicht rein. Grüß, Jar Jar. Ich will laufen. Ey, ist am Tanzen, ey. So. Du auch hier? Nochmal Geschichte fortsetzen. Noch kein Level. Eine Troidenarmee will die Naboo angreifen. Wir sind die Naboo nicht mögen. Wir müssen sie warnen. Wir sind euch geben, werden einen Bomber. Der schnellste Weg zu die Naboo geht mitten durchs Planeten. Was geschieht nun eigentlich mit Jar Jar Binks? Hin fort mit ihm. Hin fort. Los, spiel ihn. Ja, ich darf ihn endlich spielen. Juhu. Hin fort mit ihm. Hin fort. Juhu. Hin fort mit ihm. Dip, 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 dip. Hin fort mit ihm. Hin fort. So, warte mal. Eins. Hin fort mit ihm. Eins? Ja, hier sind irgendwo Ziele. Aber ich sehe nur das eine jedes Mal. Nein, hier habe ich ein Zwei. Ne, habe ich nicht. Ich finde kein zweites Ziel. Ich finde immer nur eins. So. Level starten. Jetzt aber. Ein größerer Fisch. Bist du bereit? Achso, du hast schon auf bereit gedrückt. Let's go. Ich bin immer bereit. Muss ich lenken bestimmt, oder? Das kann ja wieder was geben. Muss ich die Situation wieder retten? Ja, du musst. Oh nein, auch noch so rum. Oh nein. Flash ist. Eigentlich noch nicht. Doch. Nein, jetzt erst. Oh. Hat er mich erwischt? Nee. Oh. Gut, Flash. Weiter. Ja, ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Wow. Ich will da hinten hin zielen. Kann ich nicht zielen? Ein Minikit haben, wahr? Ja, da hinten zwei. Oh, war das knapp. Ich kann irgendwie nicht zielen. Aber jetzt. Da oben am Minikit schieß ab. Ich versuch's doch. Ich versuch's doch. Hast du? 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 Ach, den Fisch hast du auch. Gut. Ach, den Fisch hast du auch. Da ist auch noch was. Schieß mal was. Gut, 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 gut. Was war's? War ja einfach. Das war ja easy, ja. Trotz deiner Fahrkünste. War ja, war nett. Oh nein! Aber die Fische wird immer größer. Hast du dich erinnert. Das ist noch kein... Ja. Ihr verrückt! Wann ihr sie denken, hier ist ein Problem? What? Wir haben wieder Energie. Wir haben wieder Wasser! Wow! Boah, wieder auf diese... Oh nein, schieß! Mach ich doch! Da Minikit. Das ist das Minikit, Alter. Es schießt da nicht hin, ne? Doch, jetzt hat das. Jetzt hat das. Jetzt hat das. Der Fisch ist im Weg. Haben wir, haben wir, haben wir trotzdem. Haben wir geschafft. Der Fisch ist der Fisch. Oh, der war gut. Und Schöne, nochmal. Da ist noch eins. Ne, da ist was anderes. Das sind Stuts, das sind Steinchen. Da ist das Minikit, da ist das Minikit. Ja, hat sich erwischt, wieder erwischt. Sehr gut, Flash. Ich bin stolz auf dich. Das ist eine Fahrkünste, ne? Ich bin immer noch gehandicapt. Wow! Das möchte ich jetzt zu sagen. Ich sehe, unser Freund hat wieder Hunger. Das war cool gemacht. Nein, warte! Aber ein Minikit fehlt. Wir müssen die Königin finden. Ah, der Sieg ist unser. Dummer Stuhl. Ah! 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 Sehr schön, ein größerer Fischlevel abgeschlossen. Let's go. Boah, ey, wir haben so viel weggeschaltet und bekommen nur. Ich bin halt ein wahrer Jedi. Das haben wir doch gar nicht bekommen, wahrer Jedi. Ein Minikit, das gibt's doch nicht. Und Cha-Cha-Bings freigeschaltet. Und die 80er, den hatten wir schon, ne? Den haben wir schon gehabt, ja. So, royale Rettung. Geschichte fortsetzen. Ähm, ja. Okay, let's go. Dipp, 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 däp, 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 däp. Hör doch mal auf. Deh doch mal an dein... Und dein... ...disclaimer. schlägst du mich dann sammeln will ich sie wieder die steinchen ein bisschen weggerannt bin ich weggerannt ich hab den gefangen so fast dasselbe und da sind aber viele richtig gut war schön königin amidala retten hier hallo königin hat der königin warten sie bitte jetzt hallo königin ich denke schon aber wir haben wir unsere rettung zu verdanken ich wollte doch keine rede lösen mit der republik aufnehmen im haupthangar hier entlang mein gott es ist nicht weit bleibt dicht bei mir sie fliehen sie fliehen sie sind schneller als wir ne da kommen jetzt gleich bestimmt paar gegner hier ich hab sie erwischt wir müssen sie beschützen lass unsere königin in ruhe nein ich will nicht jaja spielen ich laufe mal vorne guck mal nach was ist ich guck mal vor wenn du gegner siehst dann schrei ganz laut damit wir dir nicht helfen zu helfen kommen was schießt ihr denn da ach hier bin dran vorbeigelaufen du bist so schlecht ne haben wir da fehlt noch einer haben wir gut ist hat die ganze zeit nur so hinterher rennen ey das ist schon beleuchtet aber wir sind irgendwie seit anfang an sind wir rennen wir immer irgendwelchen leuten hinterher die ganze zeit als erstes diesen druiden am anfang dann dem jaja jetzt rennen wir der amygdala hinterher das ist nicht amygdala das ist padme aber wie hieß sie noch die die schauspielerin bei hier genau das ist hier der mit der laufen hat er nicht im spiel ja das ist das ist nicht netzily portman die haben sie doch getan hier das ist das ist nicht report das ist amygdala wo ich vorstehe hier ist das das ist amygdala das andere ist hier dubbel das ist das schiff ihrer königlichen hoheit ich spiel für kino nightly ja gut haben wir wieder was gelernt vom flash freunde wir sehen uns nächste folge wieder vielen dank an alle die dabei waren lasst einen daumen nach oben da abonniert den kanal aktiviert die glocke schaut auf twitch vorbei und ja wir sehen uns nächste mal wieder haut rein der flash und ich ciao ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal